Es wird Zeit, dass der September vorbei ist. Ja, wir haben ja schon den 25. Auch diese Woche startet der DAX schwach auf der Brust und wir sehen, er reißt seine wichtige Hürde und wir müssen gucken, wie tief es geht. Und dann haben wir noch die chinesischen Autobauer, auf die wir heute gucken. Jetzt auf einmal fängt an, NIO Handys und Chips zu bauen. Xiaomi baut Autos und dann bauen wir halt Handys. Also Vogelbild so ein bisschen auf dem chinesischen Markt, wie es da zugeht. Wir gucken uns die chinesischen Autobauer an, die deutschen Autobauer und wir gucken auf die Insel. Da gibt es auch Neuigkeiten und vor allen Dingen Aktien, die sich sehr gut schlagen. Also, hereinspaziert mit euch in die Wall Street Online, Börsenlaunch. Gute Nachrichten, die den Markt anschieben könnten? Fehlanzeige. IFO-Geschäftsklimaindex? Eher negativ. Also, was macht der DAX? Fällt weiter. Die Nerven sind jetzt ganz schön strapaziert und man muss gucken, wie man da jetzt mit umgeht. Aber Aussitzen ist, glaube ich, so die einzige Möglichkeit, die wir haben. Den September einfach überstehen und dann hoffen, dass es zum Jahresende wieder aufwärts geht, dass wir das gewohnte Bild sehen. Denn aktuell sehen wir einen DAX, der auch heute wieder im Minus ist. Wir sehen es und zwar deutlich. 0,78% geht es heute nach unten oder umgekehrt über 120 Punkte. Im langen Bild sehen wir dann auch, dass wir die Spitze hier unterstritten haben und dass es jetzt tatsächlich brenzlig wird. Zum Glück ist der September ja nicht mehr zu lange. Ende der Woche ist er vorbei und dann kommen wir in Oktober. Der wird vielleicht auch noch ein bisschen miesepetrig anfangen, aber ich denke, dann wird es auch wieder losgehen. Dann startet auch so langsam die Quartalsberichtssaison. Dann gibt es hoffentlich wieder gute Nachrichten und dann geht es hoffentlich wieder ein gutes Stück aufwärts. Aktuell sehen wir aber, wir fallen unter die letzte Spitze hier. Da habe ich ja schon immer vor gewarnt. Soweit wir da drunter gehen, wird es brenzlig. Heute fallen wir runter bei 15.435 Punkten. Und damit ist ein bisschen Vorsicht angebracht. Man weiß nicht genau, wie lange das jetzt hier runter noch geht, wie schlimm es wird. Oder ob jetzt irgendwann mal eine gute Nachricht kommt oder einige sagen, reicht. Jetzt sind wir wirklich tief drin. Auf jeden Fall ist der DAX jetzt erstmal aus der Range der letzten Wochen ausgebrochen. Wir waren ja immer hier zwischen 15.500 und 16.000. Sind wir immer hin und her gependelt. Dreimal haben wir versucht drüber zu kommen. Zweimal, dreimal hat es gehalten und jetzt fallen wir durch. Und viele Haltepositionen, muss man jetzt sagen. Sind wir da nicht? 15.400. Da sind wir auch schon sehr nah dran. Also muss man mal gucken, wo der DAX hier tatsächlich dann nochmal seinen Boden bildet. Ich hoffe, dass wir an den nächsten Tagen so eine kleine Gegenbewegung sehen, die uns zumindest wieder über 15.500 kickt und dann ein bisschen seitwärts, weil jetzt ja wirklich viel Schlimmes im Markt noch eingepreist ist. Aber auch der Geschäftsklimaindex, der IFO-Geschäftsklimaindex, wir sehen es, fällt weiter und damit auch das fünfte Mal in Folge. Diesmal ist er zwar nur um 0,1 Punkt gefallen, also auf 85,7 Zähler. Damit sogar ein bisschen besser, als die Fachleute erwartet hätten, denn die haben mit einem deutlich stärkeren Rückgang gerechnet. Und was so ein bisschen aufmunternd stimmt, wenn wir das Ganze hier noch ein bisschen ranholen, ist, dass wir zumindestens hier bei den Geschäftserwartungen sehen, es geht so wieder ein bisschen leicht nach oben. Ja, mit einem viel guten Willen sehen wir, dass die Geschäftserwartungen sich wieder ein wenig aufhellen. IFO-Geschäftsklimaindex, dann ist es Seitenlage und die Beurteilung der Geschäftserlage vielleicht auch so langsam erstmal in eine stabile Seitenlage eintritt. Wenn wir das Ganze noch ein bisschen aufdröseln in verarbeitendes Gewerbe, dann sehen wir auch hier, Geschäftserwartungen ungefähr gleichbleibend sind. Wenn man das anguckt, Dienstleistungssektor eher, Tendenz steigt wieder ein bisschen. Bauhauptgewerbe passt gerade nicht ganz so aktuell, dass es hier nach unten geht, gucken wir gleich noch drauf. Und was ein bisschen positiv stimmt, ist der Handel. Also im Handel geht es wieder leicht aufwärts, klar. Klar sind die Geschäftserwartungen hier besser, warum? Wer hat es da Rat? Wir gehen auf Weihnachten zu. Klar, dass der Handel dann sagt, klar, jetzt kommt unser stärkstes Quartal. Weihnachten steht vor der Tür und jetzt fangen wir so langsam an, uns aufs Weihnachtsgeschäft vorzubereiten. In den Geschäften sind wir ja schon überall, die Weihnachtssüßigkeiten sind da. Fehlt eigentlich nur noch der rot eingepackte Weihnachtsmann, aber Spekulatius und alles, was das Herz erfreut, ist schon da. Da kann man also in aller Ruhe zugreifen. Deswegen natürlich auch beim Handel gehen die Geschäftserwartungen ein Stückchen nach oben. Überbewerten muss man es jetzt auch nicht, aber man kann ein bisschen natürlich danach sich orientieren. Und große Einzelhandelsunternehmen dürften jetzt hier dann tatsächlich wieder in den Fokus der Anleger rücken, obwohl Zalando heute klar am DAX Ende ist. Ja, und dafür ist Heidelberg Materials ganz weit vorne. Wenn wir uns das angucken, sehen wir ein gemischtes Bild. Und es könnte vielleicht noch weiteres ungemacht drohen, denn die SEC, die amerikanische Börsenaufsicht, in Amerika läuft es ja eh gerade nicht. Und jetzt geht man, man weiß noch nicht genau, was da rauskommt, aber man sammelt fleißig WhatsApp von Börsenmaklern, von großen Kapitalsammelstellen und großen Fonds. Da ist zum Beispiel die Kalei Group dabei, Apollo Global Management, KKR, TPG und Blackstone. Und die sind alle aufgefordert worden, die Kommunikation über WhatsApp ihrer Mitarbeiter offen zu legen. Und in dem Bericht von Reuters steht schon drin, einige Führungspersonen haben entweder freiwillig offengelegt oder erstmal ihr Handy oder ihre Kommunikation an ihren Anwalt übergeben. Also kommt da vielleicht auch nochmal was auf die Märkte zu, indem man hier dann merkt, wo intern sich ein bisschen abgesprochen wurde, wo intern ein bisschen gepusht wurde. Man weiß es noch nicht, die SEC hat jedenfalls fleißig oder sammelt gerade fleißig Daten. Und dann haben drei Personen eben gesagt, die Führungskräfte hätten ihre privaten Telefone und andere Geräte, bei solchen Dingen geht ja auch manchmal der Trend zum Dritthandy, ihren Arbeitgebern oder Anwälten zum Kopieren übergeben. Mal gucken, ob da noch was Größeres draus wird. Jedenfalls greift die SEC hier wirklich durch. Montag ist ja bekannterweise Tag der Analysten und heute greifen davon auch wieder viele ein bisschen ins Leere. Brentag zum Beispiel, Barclays senkt das Ziel für Brentag auf 76 Euro von 80 und belässt die Einstufung auf Underweight. Schadet der Aktie jetzt aber auch ein wenig. Wir sehen es, 1,34 Prozent im Minus. Barclays senkt auch das Ziel für Siemens Healthineers. Das ist so eine Analyse, wo ich mich dann frage, haben wir es einfach nur mal gemacht, um zu zeigen, die Aktie gibt es noch, die ist eigentlich, wir finden sie gut und guckt doch auch mal drauf. Denn für Siemens Healthineers, wir sehen es hier, Aktie aktuell bei 47,51, 1,1 Prozent im Minus. Und das ist, obwohl Barclays sagt, Overweight, also kaufen, aber das Kursziel haben sie gesenkt. Von 60,50 Euro auf 60. Tja, da muss man halt gucken. MTU bleibt natürlich weiterhin die Aktie, die in aller Munde ist. Kepler-Chevoureux setzt MTU auf Sektor-Top-Picklist. Und dafür muss Leonardo gehen. Profitieren kann die Aktie davon heute nicht so wirklich, aber wir haben ja schon am Freitag ausführlich davon gesprochen, wir sehen es, hier ist 0,43 Prozent im Minus. Es ist trotzdem eine gute Gelegenheit, bei MTU jetzt an Bord zu gehen. Morgen Stanley hebt das Ziel für Merck von 197 auf 198, das war ein Kracher, ne? Und sagt weiterhin kaufen, weil Merck er jetzt groß in KI macht. Bringt der Aktie? Auch kein Plus, aber immer nur ein leichtes Minus. Dann, was auch zur Zeit sehr beliebt ist, auf Bayer rumzuhacken und das macht Morgen Stanley. Equal Weight und man senkt das Kursziel von 57 auf 55 Euro. Dann haben wir nochmal Morgen Stanley, die senken auch das Ziel für MTU von 244 auf 192, also auch noch sehr viel Luft nach oben. Wenn wir hier sehen, wir sind erst bei 130 und sagt, halten, Equal Weight. Sartorius kommt so mittelprächtig weg, auch hier wird das Kursziel gesenkt von 355 auf 350 und es bleibt die Einschätzung halten. Redburn senkt Bayer auf neutral und Morgen Stanley hebt dann, wo man auch sagt, Evotec auf 28. Evotec hat es ja zuletzt auch extrem zerbröselt und deswegen macht hier morgens Stanley mal einen Euro obendrauf, damit sich die Aktie wieder ein wenig fängt. Wird dir aber heute, glaube ich, auch nicht so viel helfen. Kommen wir dann zur Analyse des Tages und das ist ja das, wo wir hier bei der Börsenlounge auch schon des Öfteren drüber gesprochen haben, der Dienstleistungssektor, Bausektor und vor allen Dingen Material. Heidelberg Materials ist heute von JP Morgan auf Overweight belassen worden. Das Kursziel ist aber von 80 auf 85 Euro erhöht worden. Heidelberg Materials zählt zu einer der Lieblingsaktien von JP Morgan aus der Branche. Sie haben noch zwei mit dazu genommen und zwar CRH, das ist Cement Roadstone Holding aus Irland. Die haben sie auch noch auf ihrer Top-Liste für eben Baumaterialien und Saint-Gobain, die kennen wir also aus Frankreich. Die drei sind die Top-Werte, auf die Born Stanley setzen würde. Ich natürlich wäre der Fan von Heidelberg Materials. Wir sehen es auch im Chart. Sieht das Ganze am ansprechendsten aktuell noch bei Heidelberg aus. Also an schwachen Tagen, so auch die AIs, Heidelberg Materials oder Heidelberg Zement, wie es früher hieß, immer mal wieder einen schönen langen Blick wert. Und dazu natürlich auch noch die Bauproduzenten. Denn wir haben auch heute die Zahlen für Juli bekommen aus der deutschen Baubranche. Und die sind so gut wie seit anderthalb Jahren schon nicht mehr. Im Bauhauptgewerbe ist jetzt inflationsbereinigt. Da sind die Aufträge um 6,5 Prozent im Vergleich zum Vormonat gewachsen, wie das Statistische Bundesamt uns heute freundlicherweise mitteilt. Einen kräftigeren Zuwachs gab es zuletzt im Dezember 2021. Also 2021 war nur der Vergleich zum Vormonat besser als diesmal. Wenn wir uns das Ganze auf sieben Monate angucken, weil wir haben ja die Zahlen für Juli, dann sieht das Ganze schon wieder nicht so gut aus. Dann haben wir hier einen Auftragsrückgang von etwas mehr als 10 Prozent. Insgesamt trotzdem, wir sehen es auch hier, ich habe mal meine vier Topics mitgebracht. Winchi, Monta Engil, Billfinger und Hochtief. Und hier ist die ganz klare Reihenfolge von mir, wenn ich mir das so angucke, wie ich sagen würde. Also, Monta Engil, die ist ja auch im Musterdepot. Billfinger und Hochtief setze ich auf einen Platz, wobei ich so ein kleines bisschen besser finde. Und dann Winchi. Das also die vier aus der Baubranche. Wenn wir uns das nämlich angucken, auch das Neugeschäft im Tiefbau. Und dazu gehört eben auch der Straßenbau. Er ist besonders kräftig gewachsen. Hier legt der Auftragseingang im Juli-Real um fast 15 Prozent zu. Also, an schwachen Tagen guckt man sich auch mal eine Hochtief, eine Billfinger oder eine Monta Engil an. Und da haben wir gerade aktuell so schwächere Tage. Aktie kommt ein Stück zurück. Die Autoren haben sich geeinigt mit Hollywood. Man ist wohl so gut wie durch. Die Verträge stehen. Nur jetzt müssen eben noch die Autoren in der internen Abstimmung dem ganzen Deal auch noch zustimmen. Das wird dabei als selbstverständlich angesehen. Deswegen können wir vielleicht bald wieder neue Filme sehen. Wir sehen es aber trotzdem. Die Aktien reagieren heute leicht positiv darauf. Walt Disney liegt so leicht im Plus. Für mutige Anleger jetzt sowieso eine Einstiegs-Chance. Man hat ja jetzt riesen Investitionen angekündigt. Jetzt ist der Streik weg. Da kann man doch schon von ausgehen, dass sich das Ganze ein wenig aufhält. Wer mutig ist, zieht jetzt schon rein. Wir sehen es hier, wenn wir uns das mal so angucken. So ein kleiner Aussetzer. Dann machen wir es mal hier so. Das Dreieck wird immer spitzer. Wir sind schon wieder am unteren Ende hier. Und wenn wir dann hier rausgehen, dann ist, glaube ich, so ein bisschen Erholung schon dabei. Also ein ganz mutiger Anleger. Sie gehen jetzt hier unten ans Ende, gehen ran und setzen darauf, dass sie erstmal eine Bewegung bekommen. Sollte sie vielleicht nochmal zurückschnelzen, die Aktie, dann kann man immer nochmal ein Stückchen aufstocken. Und wenn sie dann ganz rausgeht, dann hat man eigentlich einen guten Einstiegskurs sich bei Disney gesichert. Also, Disney ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Kandidat aktuell für die Watchlist. Wenn nicht sogar schon für die erste, das berühmt-berüchtigte. Füßchen in der Tür. Hier würde ich fast schon sagen, so in dem Bereich kann man sogar schon mal einen Fuß in die Tür setzen. Nicht nur ein Füßchen. Netflix profitiert hingegen nicht so davon. Aktuell ist der Aufwärtstrend erstmal, wenn wir uns das angucken, deutlichst gerissen. Wir gucken nach einer Auffangmarke. Die könnte ungefähr bei 300, um die 350 liegen. Da haben wir hier nochmal eine starke Unterstützung. Aus diesem Grund ist Netflix jetzt nicht so aktuell die erste Wahl. Man muss jetzt mal gucken, wie sich das Ganze mit neuen Kunden abwickelt und alles. Wir sind jeweils hier erstmal drunter gefallen und deswegen drängt sich hier kein Fuß in der Tür auf. Noch nicht mal ein kleiner Zeh, sondern erstmal Ruhe bewahren, abwarten. Und dann, wenn die Aktie wieder sich auf den Weg macht, die 400 hier zu knacken, 400 S-Dollar, dann vielleicht aufspringen. Aber aktuell kein Kandidat fürs Depot. Natürlich ist auch für Netflix gut, dass die Autoren nicht mehr streiken. Und die Autoren sind, glaube ich, auch zufrieden. Sie haben einen guten Deal rausgeholt. Alles in Ordnung. Es soll sogar vielleicht schon. Und man denkt ja immer nur, Autoren machen Serien oder sowas. Aber die sind ja auch bei den ganzen Live-Shows mit dabei. Und die könnten schon wieder in dieser Woche, die ersten Live-Shows, die Live-Talks schon wieder anlaufen. Deswegen, Walt Disney ist ganz okay. Amazon Streaming-Dienst steht jetzt nicht so ganz im Vordergrund. Außerdem bin ich sauer auf Amazon. Habe ich ja schon am Freitag gesagt. Weil sie jetzt auch Werbung einführen wollen. Das finde ich natürlich nicht so schön. Auf der anderen Seite, klar, die müssen Geld verdienen. Amazon ist heute aber noch ein anderer Grund dabei. 4 Milliarden wollen sie auf den Tisch legen. Deswegen ist die Aktie im Plus. Und zwar für Anthropic. Das hier ist Anthropic. KI-Unternehmen. Natürlich JGBT-Konkurrent. Aber Anthropic hat sich das Ziel gesetzt, seine Arbeit dadurch hervorzuheben, dass es KI trainiert, die moralische Werte berücksichtigt. Oder sich an moralische Werte hält. Also direkt mal hier direkt gesagt, bei uns ist KI sauber. Und wir müssen mal gucken, ob das wirklich so den großen Unterschied macht. Es gibt jetzt jedenfalls über diese jüngste Finanzierungsrunde keine Auskunft. Jedenfalls hat Amazon, glaube ich, erst mal 1,8 Milliarden auf den Tisch gelegt, um reinzukommen. 2,2 Milliarden kann Anthropic noch dazulegen. Und für Amazon ist es gut, weil Anthropic sich verpflichtet hat, lange Zeit sich an die AWS-Cloud von Amazon zu binden und das als KI Rückhalt zu nehmen. Und jetzt kommt man bald Cloud 2. Ja, Cloud 2 ist ein umfangreiches Tool, was dann Geschäfts- und Rechtsdokumente auch noch einordnen kann. Ist jetzt kein schlechter Deal für Amazon. Ich glaube, in erster Linie ging es ihnen auch darum, dass man Anthropic auf seine Seite zieht. Aber die sind auch noch mit Google im Geschäft. Also so ein ganz exklusiver Deal ist es jetzt auch nicht. Aber es zeigt, der Markt um KI ist wirklich heiß und kämpft. Überall, wo sich eine Möglichkeit auftut, da stehen direkt alle. Microsoft, Google, Amazon, Alphabet, gut, Google, Alphabet ist ja im Grunde gar mal das Gleiche. Qualcomm, die stehen Schlange und wollen beteiligt werden. Wir wollen mit dabei sein. Nehmen wir jetzt mal zur Kenntnis, aktuell laufen die Technologiewerte nicht so gut. Wir sehen es auch bei Amazon. Wir sind hier weiterhin, heute, dass die Akte zu liegt, ist gut. Aber wir sind nach wie vor hier in diesem Bereich, wo wir noch nicht genau wissen, wie geht das Spielchen aus. Und deswegen auch hier erstmal abwarten, gucken, wie es sich um die 130 hier entwickelt. Wenn die Aktie jetzt in dieser Range bleibt und sich wieder auf dem Weg Richtung 140 macht, dann kann man durchaus mal draufspringen. Denn jetzt steht bald Weihnachten vor der Tür. Und natürlich wird es, glaube ich, wieder Thanksgiving-Schnappschuss geben. Das ist ja dann eben auch die Mutter aller Black Fridays. Und dass man da dann wirklich sein Geld von Thanksgiving mal direkt Kosten für den Anleger oder für den Käufer gefühlt günstig an den Mann bringt. Also das steht noch vor der Tür. Das dürfte Amazon mit Sicherheit auch nochmal Schub verleihen aus diesem Grund. Halteposition auf jeden Fall. Neueinstieg ist noch ein bisschen gefährlich. Und wo wir gerade beim Streik oder bei der Streikbeendung sind, da feiert heute diese Aktie hier wie Dendung. Die war schon zweistellig heute im Plus und kommt jetzt ein bisschen zurück. Na, sie ist schon wieder auf zweistellig hochgeklettert. Und hier sehen wir auch, zum einen gehen wir über eine wichtige charttechnische Marke, über die 6. Das macht schon mal Appetit auf mehr, dass wir hier aus dieser Range runterkommen. Hier unten Boden wirklich gefunden. Jetzt explosiv rauf. Und dann sagt der Max immer, nicht Fahnenstangen oder solchen Anstiegen hinterher springen. Ja, warten, dass die 6 sich bestätigt und dann kann man auf die Aktie wirklich noch drauf springen. Denn wir haben hier diese Kerze hier, wo es so nach unten ging. Das ist der Anfang des Streiks. Und da sehen wir, da hat es Videndum um die 8 zerbröseln. Und ich glaube jetzt, wenn sich alles wieder ein bisschen ordnet, kann die Aktie durchaus eine gute Chance, auch wieder bis zu dieser 8 zu laufen. Und das sind dann immerhin ungefähr 2 Pfund, 6 Pfund, sind 30 über, um die 33 Prozent, die hier noch möglich sind. Also, Videndum mal auf die Watchlist setzen, gucken, dass wir über der 6 bleiben. Und dann kann man durchaus sagen, kann man hier wirklich aufspringen. Jetzt fragen sich alle, was machen die? Und warum? Die sind bei den Talkshows mit allen Sachen immer vertreten und verleihen und verkaufen Equipment fürs Studio. Also, wenn alle streiken und es keine Talkshows und gar nichts gibt, kauft auch keiner neue Sachen. Jetzt ist vielleicht die Phase, wo man alle wieder zugreift oder wo man mietet. Und deswegen ist Videndum heute deutlich im Plus. Und deswegen sollte man sich die Aktie auch merken. Merken sollte man sich auch. Transcends. 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 Auch hier gehen wir heute wirklich kräftig nach oben. Aber vorhin war es auch ein bisschen mehr. Vielleicht auch nochmal mehr geworden. Ne, heute nicht mehr im Laufe des Tages. Also verliert die Aktie wieder ein wenig. Wenn wir uns das angucken. Ich sehe heute ein bisschen nach der Wange gefahren. War also auch schon deutlich größer im Plus. Aber auch hier kann man durchaus mal die Aktie auf die Watchlist setzen. Denn die Zahlen waren gut. Und deswegen geht die Aktie jetzt auch hier erstmal richtig aus dieser Range, die wir hier hatten, raus. Und geht nach oben. Wenn man sich das Ganze längerfristig anguckt, ist da noch ein ganz gutes Stück Luft nach oben. Besonders wenn man sich das auf 10 Jahre anschaut. Und dann sehen wir, wenn die Aktie hier tatsächlich diese Spitze wieder nimmt. Dann ist jetzt wirklich noch Luft nach oben. Bis dahin ist es aber noch ein bisschen. Aber die Zahlen, die wir jetzt sehen, machen tatsächlich wieder Lust auf mehr. Umsatz ist um 34% gestiegen. Dann haben sie ihre eigenen Segmente nochmal aufgedröselt. Und dann sehen wir, sie wachsen in allen Segmenten. iTrack ist um 29% gestiegen. Translogic um 17% und Source Sense ist um 146% gestiegen. Ist zwar jetzt hier noch nicht der Riesenumsatz, wenn wir uns das angucken mit 500.000 Pfund. Aber natürlich 146% Steigerung ist schon mal eine Marke. Und dann sehen wir hier tatsächlich, dass sie wirklich sehr, sehr gute Zahlen gebracht haben. Jetzt ist die nächste Frage. Was machen die? Die machen alles, was mit Sensoren zu tun hat. Und das machen sie tatsächlich sehr gut. Und deswegen sollte man die Aktie sich auch auf die Watchlist setzen. Auch ein sehr, sehr interessanter Wert. Zahlen sind gut. Zahlen sind gut angezogen. Und deswegen sollte man auf jeden Fall dabei bleiben. Weil Neva heute auch mal mit einem kleinen Lichtblick. Und das sieht danach aus, als wenn die 6 erneut hält. Und wir jetzt heute wieder eine leichte Gegenbewegung sehen. Würde ich aber trotzdem nicht überbewerten. Oder jetzt als Anlass nehmen, auf die Aktie unbedingt aufzuspringen. Das ist ein neuer Vertrag beim US-Verteidigungsministerium, der mindestens 32 Millionen Dollar bringt. Es geht um eine Krankheit, um die japanische Enzephalitis. Da hat Valneva nun mal den einzigen Impfstoff. Und der wird halt jetzt von der US-Regierung für die Soldaten gekauft. Man hat jetzt in Höhe von 32 Millionen gekauft. Die ersten Lieferungen sollen schon erfolgen. Und die US-Regierung hat sich noch quasi einen Bonus einräumen lassen. Oder dass sie noch mehr kaufen können, wenn sie möchten. Haben sie aber noch nicht. Vielleicht machen sie es auch nicht. Würde ich jetzt mal bei Valneva zur Kenntnis nehmen. Und dann reicht es auch schon damit. Kommen wir zu den chinesischen Autobauern. Wir sehen heute, NIO verliert 5,36%. LIA Auto verliert 6,49%. Also es brodelt ein wenig. Das ist aber wiederum jetzt eine Sache, die man nicht überbewerten darf. Denn, ja, Zeit nach China zu ziehen. Die haben jetzt eine Feiertagswoche vor sich. Eine Woche Feiertag. Das ist doch auch mal was, ne? Das ist tatsächlich der Fall. Und da sieht man aber auch, wo die größte Angst bei den Anlegern sitzt. In dieser Woche irgendwie böse überrascht zu werden und nicht rauszukommen. Nämlich bei NIO mit 5,36% und vor allen Dingen auch bei LIA Auto, wo es heute 6,49% da unten geht. Also hier sind die Sorgen groß, dass innerhalb von einer Woche schlechte Nachrichten reinkommen könnten. Dabei sind ja jetzt erstmal Freitag noch gute Nachrichten rausgekommen von NIO. Aber ich bin auch so kein großer Freund davon. Auf der einen Seite waren sie natürlich gezwungen. Wenn die USA jetzt sagt, und das merkt man natürlich auch dann wieder, wir exportieren. Die besten Chips gibt es nicht mehr für China. Da gab es ja mal früher so eine Währung. Ich nehme das zweitbeste Steak für meine Frau. So ist es dann auch mit den Hochleistungsschips aus den USA. Da darf das zweit- bis drittbeste Produkt noch nach China importiert werden. Das erste Nummer eins aber nicht. Aus diesem Grund ist natürlich auch NIO und andere gezwungen, das vielleicht selber in die Hand zu nehmen. Haben sie jetzt auch gemacht. Und zwar Yang Yang ist der erste von NIO selbst produzierte und entwickelte LIDA Hauptsteuerungsschip. Und der wird nächsten Monat offiziell in die Massenproduktion gehen. Zum Glück ist der September nicht mehr so lang. Vom Börsenansicht aus. Das ist ein Chip, der verfügt über einen 8-Kern-64-Bit-Prozessor, 8-Kanal-9-Bit-Abtastung und eine Abtastungsrate von 1 Gigahertz. Partner bei der Entwicklung war InnoVusion. Also die bauen jetzt auch ihren eigenen Chip. Aber das ist nicht das Einzige, was sie jetzt auch noch brauchen. Sie bauen jetzt auf einmal auch noch Handys. Und der Vorstandsvorsitzende rechnet damit, dass ungefähr 50, also mindestens Minimum die Hälfte aller NIO-Autofahrer sich dann auch ein NIO-Handy kaufen. Hm. Das ist mal umgekehrt, weil, hätte ich mal gucken können, ne? Hätte ich mal gucken können. Vielleicht rechnet ja auch Xiaomi damit, dass 50% aller Xiaomi-Handy-Nutzer sich ein Xiaomi-Auto kaufen. Mal gucken, wer dann da größer oder besser wegkommt. Also man baut nicht nur ein Handy oder Hochleistungschip. Man hat dazu auch noch eine eigene App entworfen, die man natürlich auf dem Auto nutzen kann. Einen eigenen App-Store sogar für das Auto, wo es da verschiedene Sachen gibt. Und, ja, das war's. App-Store, Betriebssystem, Hochleistungschip und Handy. Prima. Was will man mehr? Und das ist das Problem, was ich aktuell mit chinesischen Aktien habe. Mit einer Xiaomi, die auf einmal Autos baut. Mit einer NIO, die auf einmal Handys baut. Ist der Automarkt schon so gesättigt in China? Man muss ja tatsächlich aufpassen. Und jetzt war ja das letzte Woche schon bei NIO, was sie alles verkündet haben. Und dann habe ich mal die letzte Woche Revue passieren lassen. Was jetzt so alles da passiert ist. Jetzt hat man dann, Dienstag hat es schon, Baidu hat angekündigt. Und das, besser gesagt, das von Baidu unterstützte Start-up Yidu. Hat am Dienstagnachmittag sein erstes Auto auf den Markt gebracht. Speng hat seinen neuen Elektro-SUV G9 vorgestellt. Mittwoch. Build Your Dreams hat angekündigt, dass man den Yang Wang U8 für rund 150.000 US-Dollar verkauft. Ich glaube, so viele Chinesen werden den dann trotzdem nicht kaufen. Dann hat er diese Woche noch Build Your Dreams angekündigt, dass man eventuell jetzt auch in Mexiko Autos bauen möchte. Für den südamerikanischen Markt, natürlich auch nordamerikanischen Markt. Vielleicht wird man da ja Nachbar von Tesla. Die bauen ja gerade da die Gigafabrik fertig, verzögert sich aber etwas. Nachdem Indien ja Build Your Dreams nicht wollte, könnte es jetzt gut sein, dass die nach Mexiko ausweichen. Am gleichen Tag, auch Mittwoch, hat zum Beispiel Arcfox, das müssen ja nicht alle chinesischen Autobauer auch noch direkt börsennotiert sein, sondern da gibt es die ja wie Sand am Meer. Und die haben am selben Tag der Ankündigung von Build Your Dreams am Mittwoch ein Massenauto auf den Markt gebracht, das sich an junge Eltern richtet. Viel Platz für wenig Geld. Und Leap Motor hat am gleichen Tag auch nochmal zwei Elektroautos für den Massenmarkt präsentiert und auf den Markt gebracht. Das sieht man schon, in China ist ein bisschen Vogelbild. Also klar, dass die jetzt alle, weil ja alle immer darüber diskutieren, jetzt überschwemmen uns die Chinesen mit Autos. Die haben eigentlich gar keine andere Wahl, muss man tatsächlich mal sagen. Und dann ist jetzt die Frage, wem gefallen die Autos? Und ich glaube, in China werden noch einige Autobauer in den nächsten Jahren auf der Strecke bleiben, weil tatsächlich die Autos entweder zu teuer sind oder im Europa nicht durchsetzen und auf dem heimischen Markt das Potenzial ungefähr so gut wie ausgeschöpft ist. Wenn man jetzt guckt, jetzt habe ich nur die Pa genannt. Jetzt haben wir noch eine Bike, die sind zweitgrößter Produzent in China. Die sind zuletzt wenigstens ein bisschen angestiegen. Gili, was ungefähr eine Hälfte in Europa sich an vielen Automobilbauern beteiligt hat. Eine Dongfeng haben wir noch, eine Zike, eine Great Wall. Li hatten wir schon, Build Your Dreams. Und dann ist hier noch die Nio drin. Und die alle streben jetzt nach Europa. Das ist für viele aber auch, glaube ich, eine zu große Anstrengung. Deswegen wäre ich aktuell wirklich vorsichtig. Ich würde tatsächlich, wenn dann nur, auf die Großen setzen. Ich bin mir nicht sicher, wenn der Li, auch wenn die hier jetzt aktuell am besten abschneidet, hier oben. Aber wir sehen es schon. Es geht immer weiter nach unten. Und auch, jetzt kreuzigen mich alle, aber auch eine Nio finde ich, weiß ich nicht, ob die das ganze Spektakel am Ende des Tages wirklich komplett überleben. Vielleicht werden sie am Ende nur noch Handybauer. Und die Nio Autos kommen dann in die Vitrine. Das haben wir auch mal gemacht. Umgekehrt, mir ist das alles zu viel. Jetzt brauchen sie Handys, Chips. Gut, Chips in Not gedrungen. Aber Handys, ob die sich dann wirklich so gut verkaufen mit einer eigenen App, ich bin mir da nicht ganz so sicher. Aber ich würde, wenn ich mir jetzt chinesische Autobauer angucke, dann würde ich tatsächlich, bleibt aus allen erdenklichen Gründen, würde ich nur auf Build Your Dreams setzen, wenn man da tatsächlich auf der sicheren Seite ist. Und wenn man es anguckt, für die deutschen Autobauer ist der chinesische Markt ja auch wichtig. Aber auch der wird immer mehr heiß umkämpft. Aktuell, die Aktie, wir sehen es, wir haben eine schlechte Marktphase. Alle wissen, wer bei VW raus wollte, war eigentlich raus. Deswegen läuft aktuell der Trend, wenn man sich den Trend so ein bisschen anguckt, sehen wir, dass eine Porsche, eine BMW und eine Mercedes, also raus groß. Porsche, grün, blau, Mercedes, grün, VW, Quatsch, BMW und orange ist Volkswagen. Also die einzige Aktie, die sich aktuell ein wenig gegen den Markttrend stemmt, ist die Aktie von VW. Wir hatten es hier auch schon oft genug für mutige Anleger, habe ich gesagt, können hier schon mal wieder einsteigen. Und wer so mutig war, für den hat es sich auch gelohnt. Kommen wir noch zu Vonovia, die heute auch wieder steigt. Wir hatten ja heute den großen Wohnungsbau-Talk der Bundesregierung und da sind ein paar positive Sachen rausgekommen. Vonovia treibt aber in erster Linie natürlich, dass die Zinserhöhungen der FED vorbei sind. Aber wie gesagt, solange mir ist das hier oben jetzt zu dünne, ich würde erst wieder aufspringen, wenn die Aktie die 25 mal wieder knackt. Und dann kann man sich da mal in Ruhe mit beschäftigen. Jetzt ist sie ganz gut gelaufen. Und jetzt, weißt du aktuell, wenn wir es ein bisschen kleiner machen, natürlich nicht ganz so genau, wo sie hin soll. Sie kämpft hier so mit der 24, mal ist sie drunter, mal ist sie drüber. Und insgesamt bricht sie aus, kann man aufspringen, fällt sie wieder nach 22 oder fällt sie erstmal wieder ab. Dann würde ich um die 22 wieder zugreifen. Das ist der Weg. Das ist der Weg, wenn wir uns das angucken, den man machen sollte oder einschlagen sollte. Die Lufthansa jammert heute über nicht einheitliche Zinsen in der Europäischen Union. Carsten Spohr hat eine Reform der Luftverkehrssteuer gefordert. Die Einnahmen sollten zum einen in die Entwicklung nachhaltiger Kraftstoffe fließen. Und dann würde sich der Vorstandsvorsitzende der Lufthansa auch noch wünschen, dass der Koalitionsvertrag an dieser Stelle umgesetzt wird. Für gleiche Wettbewerbsbedingungen müsse zudem eine europaweite Luftverkehrssteuer gelten. Ja, dass der Gute fordert und die Bundesregierung umsetzen, sind wahrscheinlich wieder mal zwei Dinge. Dass die 8 noch hält, ist gut. Solange wir hier nicht nachhaltig abkippen, auf jeden Fall erst nochmal halten. Sollten wir runterkippen, vielleicht hier in dem Bereich einen Stoppkurs setzen, damit man nicht böse überrascht wird. Denn wenn man hier drunter fällt, dann dürfte der nächste halt erst um die 7 sein. Also aus diesem Grund halten und genauestens beobachten. Und weil wir es die Woche noch hatten mit der Übernahme Microsoft von Activision und mit Ubisoft, wie sie da rauskommen, wir sehen es. Sie kommen da wirklich jetzt mal ganz gut raus. Im langen Bild gehen wir jetzt hier drüber. Und das ist gut. Und dann könnte es tatsächlich auch jetzt Richtung Weihnachten und neue Spiele und alles Richtung 40 nochmal wieder laufen. Und zudem hatte die BMP Paribas Ubisoft jetzt auf Outperform angehoben. Und man sieht das Kursziel bei 37. Und da sind wir dann ungefähr auch hier. Ich sag, Februar steht sie bei 40. Falls nicht die Welt irgendwie untergeht oder irgendeine schlechte Nachricht kommt. In diesem Sinne, Ubisoft ist auch immer gut. Und ich bin eigentlich fertig. Und guck mal, was so im Chat los ist. Heute Meldung, dass Blume bei VW und PMS... Das ist doch zu schnell. Kein Freund von VW. Schade. VW ist jetzt eigentlich ganz gut. VW verkauft. Tesla juckt mich. Auch bei Build Your Dreams bleibe ich natürlich drin. Alles gut, Rudi. Der alte Aktionäre gar keine. Das ist jetzt halt eine Abspaltung. Man muss jetzt gucken, wie viel Wert dadurch freigesetzt wird. Wie sich das auf die Bilanz auswirkt. Im Grunde genommen ist es gut für die alte Aktionäre, wenn die Zerschlagung in Anführungszeichen kommt. Und man immer noch trotzdem beteiligt ist. Wo ich Armin sechs Monate sehe bei 30. 30 Dollar. Wolltest du schon immer Betrüger werden? Weißt du, dass deine Mami Leute betrügt? Glaubst du, sie ist stolz. Satan. Wer hat dich denn hier reingelassen? Wer hat denn dich reingelassen? Defender? Aber dann noch eher Porsche. Ja, Hershey war interessant. Hershey hat meinen Sohn. Ich wusste nicht. Mein Sohn, mein Sohn. Das ist ja immer so ein gutes Zeichen, wo man drauf achten sollte. Ist die, am Samstag ist er gekommen. Hat gesagt, die haben da irgendwie so einen Laden entdeckt, wo es immer amerikanische Süßigkeiten gibt. Und da kam er auch um die Ecke. Ich habe eine ganz, ganz leckere Schokolade gefunden. Jetzt ratet mal, von welcher Firma die war. Hershey. Mutaris läuft gut. Sie haben es gemacht. Das ist eine sehr, sehr gute Halteposition. Sie haben wieder was verkauft. BHT oder Altria. Würde ich aktuell Altria nehmen. Mutaris würde ich auf jeden Fall halten. Da könnten noch ein paar gute Nachrichten kommen. Alles gut. Denk IPO bin ich noch ein bisschen vorsichtig. Morgen ist die Zeichnungsfrist. Ab morgen beginnt sie. Und morgen gucken wir sie uns noch mal genauer in der Sendung an, in der Börsenlaunch. Morgen werden wir da genauer drauf eingehen. Das kann ich mir direkt schon mal aufschreiben. Ich habe es nämlich heute gelesen. Morgen beginnt die Zeichnungsfrist. Wir haben ja noch ein bisschen. Die kommt ja dann erst im Oktober. Aber reingucken wir uns morgen nochmal an. Aktuell so auf den ersten Blick bin ich nicht so überzeugt. Aber ich gucke mir das nochmal in aller Ruhe an. Schon wieder Stammtisch im Böbling. Ihr kriegt wohl den Hals nicht voll genug. Sehr schön, dass ihr euch immer so oft trefft. Finde ich gut. Bei Porsche gab es heute einen Insiderkauf. Shot Farmer zeichnen. Haben wir win some, lose some, haben wir in der letzten Woche schon geklärt. Und da haben wir Shot Farmer mit Gerrisheimer verglichen. Und mein Ergebnis war, lieber Gerrisheimer kaufen als Shot Farmer zeichnen. Kannst du dir nochmal gerade alles angucken. In den Timestamps findet man das ja wieder. Und das gleiche gilt für Stefano. Verbio noch aufstocken. Und zwar heute. Warum denn gerade heute? Jetzt schreibe ich aus Versehen da oben auch schon heute rein. Anstatt Verbio. Was ist heute los? Ich würde noch warten. Ich glaube, dir fällt noch ein Stückchen. Obwohl ich so ein Musterdepot habe. Heul, Schnief. Wir sind hier an einer ganz entscheidenden Stelle. Ich würde erst wirklich hier auf eine positive Gegenbewegung abwarten. Jetzt haben wir gerade schlecht. Aber Verbio zu kaufen ist mit Sicherheit nicht die schlechteste Idee. Deshalb halten wir schon mal fest. Aber es ist schwierig, den richtigen Einstandspunkt zu finden. Das gebe ich ja zu. Aber ich glaube, hier muss man ja sehen. Jetzt sind wir gerade hier. Hält das. Kaufen. Fallen wir da aber nochmal runter. Dann kann es auch durchaus sein, dass wir die Tiefs hier nochmal testen. Und dann kann man hier günstiger reinkommen. Vielleicht jetzt eine kleine Position und erstmal abwarten. Je nachdem, wie weit man da ist. A, G, N, C mal anschauen für morgen. Na, mach ich doch glatt. Q-Zahlen, 35, was? Wo seid ihr schon wieder? Wer hat morgen Zahlen? Eine Frage hätte ich noch. Also, bevor sich das hier wie Kau-Jummi zieht. Oder hängt es schon wieder? Nein. Ein Stiefelchen in die Tüche. Nikolaus, der kommt auch bald. Schnuffel, der ist auch nicht so weit weg. Steve K., kommst du jetzt erst, weil du Hallo sagst? Kraft Heinz, allerhöchstens halten. Bonduelle ist das famose. Wer weiß, wie es weitergeht? Ja. Aber auch noch nicht jetzt. Abwarten, bis die Stimmung sich wieder ein bisschen aufhält. Es kann alles noch ein bisschen nach unten gehen. Aktuell sind wir wirklich ganz brenzlig unterwegs. Wenn ich jetzt sage, kaufen, 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 dann kann es auch sein, dass es ja viel Geduld braucht, um wir nach unten kommen. Nextera Energy, auf lange Sicht, ja. Ob wir jetzt schon hin... Genau, Mick. Was ist das für eine famose Zartgemüse aus der Dose? Das ist hervorragend. So, Markus fragt, was hältst du von Daimler Truck? Gut, aber hier haben wir halt dieses kleine Problem, dass sie... Ja, KTP hat es auch gefunden. Dass sie so ein bisschen das natürlich schön machen, und sagen, wir nehmen nicht jeden Auftrag an, aber sie sind an der Oberauslastungsgrenze, Oberkante, Oberlippe. Und dann ist es natürlich schwierig, die Zahlen weiter zu steigen und die Aktie auch weiter nach oben zu bringen. Ist natürlich schön, wenn man ausgebucht ist, aber die Börse will natürlich Wachstum sehen. ASML ist, ja, auf lange Sicht ist es auch ein Kauf. Werbio hat morgen gezahlt. Und dann würde ich ja trotzdem nicht kaufen. Na ja, Bonn-Duell-Akte, wusste ich auch nicht. So, meine lieben Kinder, werbio, ich würde auf die... Wenn die Zahlen gut sind, kommt eine leichte Trendwende, dann macht sie morgen vielleicht 5, 6 Prozent. Ja, dann gehen dir die flöten und dann wartest du auf eine kurze Beruhigung und dann kannst du sie immer noch kaufen. Kaufst du sie heute und die Zahlen sind Mist, bist du direkt schon mal, sage ich mal, Minimum 6 bis 7 Prozent in der aktuellen Marktphase mit der Aktie hinten. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn du sie auf zwei Jahre hältst, kannst du auch sagen, den Rückträger kann ich verschmerzen und ich setze auf das Risiko, dass die Zahlen gut sind und die Aktie nach oben geht. Also, wenn ihr danach ist, kannst du Werbio kaufen und wenn du sagst, ich warte lieber, dann würde ich erst mal warten. So, meine Lieben, ich wünsche euch, oder ich hoffe, ihr hattet einen angenehmen Start in die neue Woche. DAX-technisch war ja nicht so schön, aber es können ja auch bessere Tage kommen, und der Oktober ist nicht mehr so lang, sechs Tage. Kinders, dann sind wir los, den schlechtesten Börsenmonat des Jahres und dann kommen im Durchschnitt mit in diese drei besten Börsenmonate des Jahres. Und das ist doch mal ein Ausblick aufs letzte Quartal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Restdienstag und wir sehen uns morgen wieder, 14 Uhr, hier an dieser Stelle. Macht's gut, habt einen schönen Tag, bis morgen an dieser Stelle hier. Ich freue mich auf euch. Mit dem Sommer geht's kind, wo wir sehen uns heute, bisschen Börsenですね, wie sie in der Lage haben. Wieinizi kommisen dann hier jetzt einem Money, durchschnittlich machen zu planen. Ich freue mich da nachdenkt, dann komme ich mit zu Boden, und dann höre Glück ein bisschen ein paar Tage, wenn ich zu sehen. Und ich halte das sehr komp peneträtigend, in diesem reason wird es sehr Welcome gibt, neue Worten zu den Unsurpose Buenge. Vielen Dank.